haut er immer noch so ein scheiß stelle hier rein ich weiß er versucht ja nur anzupassen nur anzupassen ich mache es meist immer so, dass ich immer erst die Straße ziehe und dann die Gleisertruppe genau ich baue erst die Gleise und dann ziehe ich eine Seite der Straße erst an das erste Gleis dran ah ja 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 jetzt ja da war was erst mal die Gleise bauen von den Gleisen weg ja so oder von den Gleisen weg genau gut Tipps vom Schönbauer reiß nochmal die Straßen auf einer Seite stopp die nicht auf einer Seite rüber ziehen die Gleisertruppe komplett rüber nein nein die Straße komplett rüber ziehen ich glaube das nicht, zieh sie komplett rüber ja haut er mir aber wieder hier den Huppel rein ja ja das ist in Ordnung, zieh sie komplett rüber und dann reißt die eine Hälfte der Straße an den Gleisen wieder ab ja dann schon auf dem Gleisen liegen bleiben mit dich ja drüber ziehen so ist es in Ordnung jetzt reißt sie dann das nein nein zieh sie doch mal komplett durch die Straße jetzt wieder die Straße mal komplett durch weiter Straße durchziehen so verspätet durchziehen ja ich bin ein bisschen hinten dran das ist alle glaube ich ein bisschen spät hinten dran ich sehe immer noch 9000 sonst was ja steigungen zu groß jetzt bin ich hinten dran aber zieh man komplett durch hat er wohl hat er aber okay jetzt sehe ich es auch dann bau das mal so dann bau das mal so und dann reißt du auf der einen Seite der Schiene Kann er so, auf jeden Fall Steigungsgebote. Doch, das geht. Nein, die Straße zeigt an Steigungsgebote. Nein, das geht. Nein, er zeigt an Steigungsgebote. Du musst einfach nur, wenn die Straße vom 4 weiter hinten kommt. Der Weg ist zu kurz. Genau, genau. Und das auf BN. Andere Seite auch. Oder das Gelände an Schienen. Andere Seite musst du auch nicht genau. Das Gelände, die da so böse drin ist. Immer noch. Nur zu kurz der Weg. Das Gelände, ein bisschen anheben, da an der Schick. Jawoll. Da fällt mir grad noch was anderes ein. So ein Naturdom. Was denn? Genau. Ja, ich mach die Straße gleich jetzt. Du weißt, in 22 Uhr muss ich weg. Wo musst du denn da hin? Ah, keine Ahnung. Da leg mir noch was. Immer diese Ausreden, ja. Hört ihr das? Ja, gut. Das war jetzt eigentlich nicht so. Können wir irgendwann noch nicht mal machen. Der drückt mir diese Gleise immer weiter runter. Der will mir die Gleise immer so einen Eck reinhauen. Ja, weil du die oberen, die oberen Straße noch weiter hinten abreißen musst. Du musst fast eben ehrlich drüber gehen. Ja. Jetzt genau so bau die Straße. Bau mal die Straße jetzt. Jetzt bau sie mal so. Dann reißt die eine Seite der Straße bis zum Schienenwetter ab. Und nur eine Seite. Die Straße muss liegen bleiben bis in die Mitte der Schiene. Wow. Aber das bringt mir ja nichts, wenn ich dich... Ja, das bringt dir was. Mach's einfach mal. Das ist ja geil, oder? Ja. Und jetzt ziehst du von den Schienen weg. Reiß dich noch ein bisschen. Alles abgerissen. So. Bauen. So. Und jetzt reißt auf der einen Seite der Schiene einfach mal die Straße ab. Habe ich immer noch so einen Delle drin? Ja. Ja. Lass das mal genau abreißen. Und jetzt die Straße... Nein, nein, die nicht, die nicht, die nicht. Jetzt die Straße da, wo du abgerissen hast, schon noch ein Stückchen weiter hinterher abreißen. Wer noch? Okay, ich schmeiß... Die Straße noch ein Stück weiter abreißen. Aber nicht auf den Schienen, sondern die andere Seite. Dahinter, wo die LKWs stehen. Und trotzdem habe ich hier eine Dalle drin. Ich habe in den Schienen eine Dalle drin. Ja. Ja. Immer noch. Dann muss ich die Schiene aber weg machen. Dann leidet die. Da reißt du auch noch ein Stück Schienen ab. Aber diese Huppel macht den da. Genau. Den Huppel den da da abreißen. Und das sieht auch schon viel besser aus, oder? Und wenn du das jetzt mit der Schiene... Wenn du die Straße jetzt nochmal komplett weg machst, die Schienen ordentlich verlegst, und das mit der Straße so machst, dann klappt das. Ja, das kleine Stückchen, no? Boah, der macht das immer... Ja. Macht immer noch rum. Da ist es jetzt... auch nie besser. Die Straße muss weg. Die Straße muss weg zum Schienen. Setzt mal an der Straße an. Jetzt wo der Pfeil da ist, mach den mal gerade. Dass du nicht runter gehst, sondern gerade. Genau. Dass du den gerade hinter dem Übergang noch ein Stück gerade hast. Hey, ich schmeiß gleich deinen Team Fior an. Ja, mach mal. Mach mal. Mach mal. Weißt du, dass du halt nicht gleich hinter dem Bahnübergang schon wieder mit runter geht's mit der Straße, sondern dass die halt ebenerdig weitergeht. Gerade Stückchen. Kannst du ja einstellen mit diesem Pfeil da. Ich schmeiß meinen Team Fior mal an. Mal kurz am Herd. Ja, klar. Zeigt er dir wieder nicht an. Muss ich jetzt im... Im Fenstermodus. Siehst du was? Jetzt sehe ich was. Ich nehme mal eine Maus. Ich nehme mal eine Maus. Ich nehme aber noch was. Ich nehme mal eine Maus. Deine Maus funktioniert nicht, oder? Bitte? Funktioniert die Maus? Ich sehe eine Maus, ja. Klicken. Ja, okay. Dann sagst du mir jetzt wo ich jetzt was machen soll. Jetzt reißen wir die Straße ab und legt dann die Schienen ordentlich. Da braucht man sogar was weiß ich. Unter 50 Meter Schiene rausreißen, an. Der weg. Dann wird da früh ein bisschen größteiger sein. Ja würde ich gern. Boah, ich hab grad... FPS Einbruch. ich habe einen FPS. Ich auch. Da und da. Genau und jetzt gehen wir einfach mal ordentlich hinlegen. So. Jetzt ziehst du mal die Straße drüber. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, aber da sieht man, da haut der mir wieder der Dalle rein. Da kriege ich wieder den Dalle hier rein. Was soll denn das? Ja, da musst du wahrscheinlich das Gelände wirklich eine Ebene noch fahren. Vielleicht durch die Aufwerfung hast du da. Ja. Ja. Das sieht doch ordentlich aus. Jetzt müsste es funken. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich es auch nicht. Der macht mir hier irgendwo auch ein Loch rein. Siehst du den Übergang? Das ist ja komisch. Ja, das ist ein Problem, wenn du eine Gleise gezogen hast und versuchst es anzugleichen. Du musst vorhin angleichen. Mach das meistens nicht. Wenn die Gleise lehren. Ja. 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 Einmal. Ja. Ja. Da drüber ziehen, Straße durch verbinden. und dann werde ich wieder diesen teile haben schon wieder der trotzdem ich hier alles runter was ist das aber jetzt noch nie gesehen aber siehst es der wird es jetzt hier drücken und dann ziehst du wieder runter oder so richtig